Musik Komm an Bord, gemeinsam gewinnen. Das war das Motto, zu dem die Klagenfurter Steuerberatungskanzlei Narebe und Partner zum Sommerfest Lut und zeitgleich die Erweiterung der neuen Räumlichkeiten präsentierte. Auf allen Decks herrschte beste Stimmung und die beiden Kapitäne Kurt Hofer und Katharina Concilia begrüßten ihre Gäste in ihren Kapitänskajüten und führten sie vom Ober ins Unterdeck. Musik Ja, mir ist es ein großes Anliegen, einmal wieder unsere Kunden, Freunde, sonstige Personen praktisch aus Kärntens Wirtschaft, aus Kärntens Finanzwelt, einmal bei uns ein bisschen näher zu haben, ein bisschen Zeit zu haben, mit denen auch ein bisschen zu plaudern und im Prinzip auch ein bisschen Kontakte knüpfen, ein bisschen schauen, dass wir gemeinsam einen Weg weiter beschreiten. Wie gefällt Ihnen das Motto heuer? Das Motto, da habe ich mitgewirkt bei der Idee für dieses Motto und das ist ein bisschen meine Idee gewesen und mir gefällt es sehr gut, vor allem es kommt an, es wird sehr gut angenommen, das Motto und jeder spricht uns darauf an, dass es ihm auch sehr gut gefällt. Es gefällt mir sehr gut, wir sind Klienten vom Herrn Hofer seit Anbeginn und die Feste sind jetzt mal ein Erlebnis, die kommen sehr gerne daher. Also unser Lager heißt ja gemeinsam gewinnen, das ist auch auf jedem Briefpapier drauf und wir haben uns gedacht, gemeinsam gewinnen, was können wir eigentlich, ja, wie können wir unser Sommerfest gestalten? Und dann hat eine Mitarbeiterin, die eine begeisterte Seglerin ist, sie hat gesagt, ja, wir können ja sagen, die Klienten können wir ja irgendwo an Bord holen, ja, und wir könnten mit einem Segelschiff, ja, und dann haben wir gesagt, okay, ich kann an Bord gemeinsam gewinnen, also so, dass wir unsere Klienten mit an Bord holen, um gemeinsam zu gewinnen. Und so ist unser Motto entstanden und auch unser Sommerfest dementsprechend ausgestaltet wird und auch die ganze Kanzlei, die kommt dementsprechend zu haben. Blitzlicht TV, das Szene-Videoportal aus Kärnten.